Musik Letzter richtiger Tag in Vietnam, es ist schon 12 Uhr, ich habe übertrieben verschlafen, ich muss noch zu meinen Verwandten und ja. Ich bin gestern erst 6 Uhr schlafen gegangen, weil ich das Video noch schneiden muss und heute ist auch sehr straffer, sehr, sehr straffer Zeitplan. Man muss so viel machen. Let's go. Seht ihr wie viele Roller hier einfach stehen? Krass, oder? Dass man immer noch Platz haben muss für einen Roller, manche Häuser haben es nicht. Je Telefon Es gibt es zu reden? Losionalistisch. Die Kinder lieben meinen Fahrt. Ja, die werden ja. Bye, bye. Geld gefunden. Jedenfalls ist ja heute Sonntag und das Video von Hazel musste noch online kommen. Deswegen haben wir heute ungefähr drei Stunden nichts gemacht, außer an dem Video gearbeitet. Und wir waren noch ein bisschen Geschenke kaufen. Ja, jetzt kommen halt die wichtigen Sachen. In die Pampa fahren, Roller abgeben, Taxi nach Hause nehmen, zu meiner Tante fahren, zu meinen Cousins fahren, mit denen chillen. Alter Schwede, es ist 19.30 Uhr und jetzt ist es jetzt fertig. Also bitte supportet uns und geschafft das Video. Das war wirklich richtig harte Arbeit. Ich habe noch nie so lange an einem Video gesessen, aber ich weiß, dass YouTuber das immer sagen. Die Übersetzung war so schwer. Ich musste mit meiner Schwester und meiner Mutter Facetime, damit ich das überhaupt hingekriegt habe. Ja man, also und wenn ich sage, das war unnormal schwierig, dann meine ich das auch. Und es hätte eigentlich schon am Mittwoch online kommen sollen. Aber wir haben es jeden Tag verschoben, weil wir es jeden Tag nicht hingekriegt haben, es fertig zu kriegen. Genau. Ab nächster Woche kommen wir wieder regelmäßig bei ihr Videos. Und dadurch, dass es jetzt sich verzögert hat, hat sich auch unser Plan geändert. Ich bringe erst morgen früh den Wagen zurück. Jetzt geht es erstmal zu meiner Tante mit noch ein paar Sachen abholen und dann geht es zu meinen Cousins. Und keiner bringt den Müll weg. Es ist schon dunkel. Wir sehen uns noch kurz hier. Wir waren hier jetzt noch drin mit einer vietnamesischen Street Brand Marke und können mal auschecken und ein paar Souvenirs kaufen für Weilam und Kevin. Sag mal woher findest du eigentlich diesen ganzen Instagram? Wir sehen uns jetzt bei meiner Tante. Wir gehen jetzt noch letztes Mal đi chơi mit den Jungs und Mädels. Wir haben kuh wohnen in Einsabde, Jungs. Ja. 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 Na ja. 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 Die sind jetzt... Immer so viele Motorräder müssen abgegeben werden. Motorräder müssen immer abgegeben werden. Weil wenn man die wie in Deutschland draußen lässt, dann werden die geklaut hier. Sehr traurig. Wir sind gerade in der Party, meine Kein Lauf So Leute, ich bin wieder zu Hause. Es war kein wirklich langer Abend. Ich habe auf Instagram gefragt, soll ich mich besaufen oder lieber nur Apfelsaft trinken? 54% hat gesagt, ich soll Absturz machen. Das Feiern war an sich richtig lustig. Da waren richtig viele Ausländer und da haben sich sogar welche geklopft. Eine alte Frau, nicht eine alte Frau, aber eine 40, 30, hat einfach so ein fettes Holzding genommen, so ungefähr dieser Größe, alles aus Holz und hat einfach so einen Touristen geschlagen. Aber ich glaube, sie hatte ihren Grund, will nicht bejudgen, aber es war schon witzig. Keiner wurde ernsthaft verletzt, halt so Saufstorys. Ich hatte heute keine Saufstorys, außer dass ich dieses komische Ballonding eingeatmet habe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sind die besten Voraussetzungen für Drogen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich nehme es drauf zu sehen. Das ist, das ist Lachgas. Ach so. Also mehr davon gelacht habe ich jetzt nicht. Ich habe Lachgas innerhalb jetzt. Bin ich jetzt drogenabhängig? Sind das Drogen? Man sollte es auf jeden Fall nicht oft machen. Hier steht, dass es sehr gefährlich sein kann. Macht sowas nicht nach. Guckt euch immer die Cases-Videos an, weil da drin steckt viel mehr Arbeit als an diesem Video. Morgen geht es nach Deutschland. Ich mache jetzt noch die Nacht durch, bringe den Roller morgen früh weg und dann sehen wir es morgen. Bis zum nächsten Mal.